Wer zieht das letzte Finalticket und trifft im Endspiel am 21. Mai auf Altona? Diese Frage werden heute Norderstedt und Teutonia unter sich aus machen. Nach zuletzt neun ungeschlagenen Spielen für die Eintracht dürfte das Selbstbewusstsein dementsprechend groß sein. Auf der anderen Seite die letzte Niederlage, die gab es Mitte Februar ausgerechnet gegen die Teutonia, die heute zum Partycrasher werden will. Nach dem spielfreien Wochenende dürfte die Mannschaft von Jens Martens ordentlich ausgeruht sein. Norderstedt in den roten Trikots mit dem besseren Start. Joy auf Philipp Müller, erste dicke Möglichkeit in der Anfangsphase. Malte Schuchat ist aber direkt auf dem Posten. Von Teutonia kommt offensiv zu Beginn erstmal wenig, dafür versucht es immer wieder die Eintracht. Auch wenn nicht die ganz großen Chancen dabei herausspringen. Beiden Mannschaften ist dann zu merken, dass keiner hier den ersten Fehler machen möchte. Dann bringt Schuchat aber mal etwas Spannung ins Spiel. Glück für den Teutonia-Keeper, dass das nicht zu einem Slapstick-Eigentor wird. Es ist insgesamt eher eine chancenarme erste Halbzeit. Teutonia kommt eigentlich nur einmal wirklich zum Abschluss. Der Versuch von Düssel ist dann irgendwie auch bezeichnend für die ersten 45 Minuten. Beide Teams werden sich offensiv noch steigern müssen. Ansonsten könnte das ein sehr langer Pokalabend werden. Den Auftakt in die zweite Halbzeit macht dann wieder Norderstedt. Der Kopfballversuch aus rund 10 Metern ist allerdings keine wirkliche Herausforderung für Malte Schuchat. Wenn es bislang vor dem Tor der Eintracht gefährlich wurde, dann liegt das daran, dass sich Norderstedt selbst in Gefahr bringt. Fabian Estefo schaltet schnell um und probiert es mit einem Heber. Allerdings fehlt es auch hier noch an der berühmten Präzision. Mitte der zweiten Halbzeit scheint sich abzuzeichnen, dass der erste Treffer in diesem Halbfinale womöglich auch der entscheidende sein könnte. Lüneburg mit dem Kopf, aber noch nicht mit der Führung. Wenn eine Mannschaft dem Tor näher ist, dann ist das definitiv die Eintracht. Der Abstoß wird zum Boomerang und sofort geht es wieder in die andere Richtung. Kein Foul von Saad. Und dann wartet in der Mitte Müller, aber in höchster Not Weismann mit der Kretsche. Klasse Rettungstar des 24-Jährigen. Wir sind mittlerweile fast schon in der Schlussphase. Vieles deutet aktuell auf eine Verlängerung hin, aber Norderstedt will es nochmal wissen. Die große Möglichkeit für Joy, der kommt dann zu Fall. Aber das ist für einen Strafstoß zu wenig. Der Druck nimmt jetzt immer weiter zu. Nächste Standardsituation, diesmal Lüneburg mit dem Kopfball. Aber der Ball will einfach noch nicht aufs Tor. Zehn Minuten sind noch zu spielen. Wir warten weiterhin auf eine Großchance von Teutonia, aber die wird kommen. Kein Foul, sagt Schiedsrichter Rosin. Dadurch etwas Platz auf der linken Seite. Und jetzt kommt der Auftritt von George Kelbel. Es ist die beste Chance für Teutonia bislang im gesamten Spiel. Aber Rakucevic macht das auch im Tor richtig stark. Wem gelingt hier der Lucky Punch? 85. Minute. Teutonia zieht nochmal an. Can Dützel schickt Upov auf die Reise. Die Flanke. Eigentlich was für Rakucevic, aber der lässt den Ball fallen. Und Mats Vaklam sagt Artik Danke. Was für ein bitterer Moment für Norderstedt. Eben noch Rakucevic mit der starken Parade. Und jetzt mit diesem Fehler. Aber noch bleiben der Eintracht ein paar Minuten, um hier nochmal zurückzukommen. Doch es fehlt jetzt an der nötigen Ruhe. Der nächste Ballverlust und sofort freie Fahrt für Vaklam. Mats Vaklam mit der Entscheidung. Es ist heute der Tag des 25-jährigen Angreifers. Diesmal ist Rakucevic ohne jede Chance. Danach findet Norderstedt keine Antwort mehr. Der Schock sitzt jetzt zu tief nach diesem Doppelschlag. Stattdessen hat Teutonia noch Lust aufs Tore schießen. Rakucevic verhindert das 0 zu 3. Das wäre am Ende auch deutlich zu hoch gewesen. Denn Norderstedt war über lange Strecken die bessere Mannschaft. Hat es aber einfach verpasst, einen Treffer zu erzielen. So folgt Teutonia Altona ins Finale. Die Stimmen zu dieser Partie eingefangen von Christian Oldendorf. Ja, was heißt das perfekte Spiel? Also klar freue ich mich, dass ich zwei Tore gemacht habe. Aber wäre mir im Endeffekt auch egal gewesen. Hauptsache wir gewinnen. Wir wollten unbedingt ins Finale. Das haben wir jetzt geschafft. Und ja, das freut uns einfach ungemein. Ja, die Enttäuschung ist riesengroß. Wir haben der Mannschaft gerade in der Kabine, wo natürlich alle jetzt mit hängenden Köpfen sitzen. Weil selbstverständlich haben wir uns viel vorgenommen. Wollten nochmal wieder ins Finale. Wir haben sicherlich 80 Minuten hier auch eine dominante Partie gespielt. Aber haben es eben nicht geschafft, wie im Verlauf der Saison häufiger, den entscheidenden Punch vorne zu setzen. Es waren einige Chancen da, wo wir hätten in Führung gehen können. Das haben wir nicht geschafft. Und haben im Gegenzug dann in der 82. Minute einen Fehler, den wir hinten machen, obwohl wir hinten sonst auch gut verteidigt haben. Denn der Gegner, wie gesagt, hat nicht so viele Chancen bis dahin gehabt. Und dann machen wir natürlich einen. Und das ist dann auch schon der spielentscheidende Fehler. Der Jubel ist bei der Teutonia natürlich grenzenlos. Nach neun ungeschlagenen Spielen werden die Gäste also wieder zum Partycrasher. Bis zum nächsten Mal.